Oh, ob das jetzt so eine gute Idee ist? Ich habe eben mächtig genießt. Langsam, langsam. Oh, vorsichtig. Naja, egal. Muss ich durch. Und hallo und herzlich willkommen übrigens zu Urizen Zero Dawn mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich habe hier mal das da oben markiert. Die Filmer wissen, was das ist. Habe hier eben am Lagerfeuer speichern können. Oh, sieht das schön. Ich liebe es. Das sind aber nur Wildschweine. Was ist denn da hinten? Hallo, Schwein! So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Und da weiterhin. Hier sind nur normale Tiere. Sorry. Kommt vom Miesen. Was ist das denn hier? Das sind Feinde. Elite. Banditenbogenschütze. Ist das ein Banditenlager? Ist das ein Banditenlager? Ja. Banditenlager. Stufe 25. Hohlfestung. Erledige die Banditen und befreie die Siedlung. Na, das ist garantiert keine gute Idee, was ich jetzt hier vorhabe. Ist denn hier ein Lagerfeuer wenigstens? Nein. Es riecht nach Regen. Die Luft ist ganz schwer. Ja. Da können die mich ja nicht so gut sehen, ne? Und ich hab'n Fokus. Und da ist hoher Basen. Da will ich erst mal hin. So. Die können mehr ab. Guckt euch das an. Dann nehmen wir mal die. Sag mal. Funktioniert das eigentlich auch bei denen? Nee, das geht hier wieder nicht. Ach, scheiße. Nee, geht nicht. Ich versteck mich mal hier so ein bisschen. Sie sehen mich nicht mehr. Da ist ein Alarm. Das muss ich jetzt auch hier machen, ne? Also ich glaube schon, dass das hier in die Hose gehen kann. Weil das ist noch nicht ganz meine Kragenweite. Wenn wir das hier mal anschauen. Da unten ist auch. Da kann ich, kann ich da rein? Ah, guck mal hier. Hier sind aber viele. Guckt euch das mal an. Guckst du jetzt hier rüber? Hä? Nee. Hier sind richtig viele Gegner. Das wird Eloy noch nicht schaffen, glaube ich. Hier ist ein Gebüsch. Da kann ich hoch. Da ist ein Lagerfeuer. Scheiße. Geh mal weg. Wie weit geht der? Schnell, 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 schnell. Hört ihr das? Die haben ganz andere Waffen hier, du. Geil, geil, geil. Wo sind die jetzt alle? Geht mir keine Beachtung. Ich bin weg. Ich könnte ja mal hier lang gehen. Kommen sie runter. Kommen sie runter. Ich geh mal hier ins Grab. Bleib wachbar und ruf nicht, wenn du in die Hose gehst. Ich glaube, ich brauche da ganz andere ausgerüstete Waffen. Macht keinen Sinn. Schade, schade. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Aber einen hat er gesetzt, ne? Verstehe ich nicht. Bin ich ja mal gespannt. Hier, die Gitter. Machen wir es wie die Wächter und spüren sie auch. Ob die da durch können? Ich hab noch mehr Steine. Geh mal hin. Ich will mal sehen, ob das geht. Ja, bei denen geht das auch. Oh, die haben gute Sachen. Oh, die haben gute Sachen. Ich glaube, ich mach hier weiter. Sieht mich keiner, ne? Es sah so aus, als ob die, die hängen da hinten rum, ne? Also, die Fallen sind für die auch gut. Gut zu wissen. Und ich glaube, mit den Feuerpfeilen, auch wenn die jetzt Rabatz machen. Aber ich bin sowieso schon aufgefallen. Eine Rohstoffkiste. Gut. Was ist das hier? Ich werd schon wieder gierig. Der braucht nicht mehr viel. Komm. Zeig dich. Und schnell weg, wie der Wind, äh, wie der Blitz. Und neue Pfeile basteln. Die ist jedenfalls hinüber. Da kommt wieder eine runter. Hä? Vorsicht jetzt! Ne, von da kommt nix. Die hauen ab? Hauen die ab? Schnüffelt hier immer noch rum. Na, kommt er? Ich bringe euch alle um. Alle! Scheiße! Scheiße! Ja, halt jetzt, Juni. Mist. Waren hier noch Heilpflanzen? Da hinten, ne? Ah, ich brauch auch vor allen Dingen Holz ohne Ende. Und tschüss! Wo bist denn du? Ich seh dich nicht mehr. Ich zünd euch alle an! Noch kann ich bauen. Und ich hab ja anscheinend genug Lohe und sowas gesammelt. Schnell mal lupen. Nimm's doch einfach! Scheiße! Na, nur hau doch mal zu! So. Äh, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Feuerspucker. Die war zu dicht dafür. Wir sammeln mal alles ein. So. Komm, weiter, 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 weiter. Ah, nein! Du sollst das nehmen! Siehst du, das können wir doch gut gebrauchen. Wie weit kann der denn schießen? Vielleicht wäre auch ein erhöhter Standpunkt gut. Ich weiß es nicht! Ich hab die Waffe noch nie gehabt. Da ist keiner. Wo seid ihr alle? Hallo? Was war das? Wo sind sie hin? Wo sind die ganzen Gegner hin? Hä? Was ist jetzt passiert? Mein Gott, schon sagen. Da sind sie alle. Warum seid ihr alle da? Ich sehe den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Okay, okay, okay. Jetzt werde ich mutig. Oh, weg, 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 weg. Jetzt bin ich weg. Kommt, verfolgen die mich? Nö, ne? Hast du denn nichts Besseres zu tun? Ne. Falsche Taste gedrückt. Soll passieren. Boah, der rennt vorbei. Arsch! Halt! Das geht aber ganz schön an die Ressourcen, was ich hier mache. Aber wozu habe ich das alles? Hier, die Falle haben wir erst mal. Den Stein sammle ich ein. Halt, 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 halt Halt, halt, halt Wartet, wartet, wartet Schnell, wo war das Gebüsch? Wo war das Gebüsch da oben? Er ist mal weg Ist er weg? Gut Weil Machen wir gleich noch eine. Noch geht's. Ich muss was trinken. Wie gesagt. Das wären aber auch nicht wirklich weniger, ne? Aber, naja, doch, 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 doch. Wollen wir vernünftig sein? Das wären weniger. Ich kann sie ja nachher vielleicht auch hierher locken. Ich könnte auch erst mal luken. Was ist das hier? Hier ist nur Holz. Medizinbeutel. Och, Mensch, Kind! Oh. Ich geh mal hier hin. Aus der Schuss, sieh dir, Mann! Das war knapp. Ja, ganz ruhig. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, da eine Falle zu setzen. Hehe. Stufe 15. Hauptsache, da ist keiner hinter mir. Oh, der hatte gute Sachen. Der hat immer noch gute Sachen. Drei Gesundheitstrank. Oh. Ja. Schön doof, sich hier hinzusetzen. So. Jetzt können aber langsam nicht mehr viele sein, ne? Zwei sehe ich hier noch. Okay. Da geht einer lang und der andere ist da hinten. Den Rest habe ich schon erledigt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hä? Ist mein Gesundheitsbeutel voll? Der ist doch nicht voll. Hier bin ich. Die habe ich gar nicht gesehen. Feuer nicht gut, ne? Brauche ich nicht. Kommt mal hier ins Gebüsch. Komm, 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 komm. Mir ist gerade was eingefallen. Ach so, ich bin ja... Mir geht es sehr gut. Da läuft sie. Komm, Mädchen, komm. Ja. No! Oh. Sorry für den Ausbruch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe es befreit. Mein Zeug. So, Leute. Jetzt wird erstmal gelootet. Und dann geht es zum Händler. Oh, hier liegen ja so viele Sachen. Und die gehören alle mir. Mein Werk. Suche nach mir. Mein Werk. Oh. Ich habe zu viel davon. Mein Wille geschehe. Ja, das ist gut. Ist hier oben noch irgendwo einer. Eigentlich sollte hier ja auch einer liegen. Äh, hast du mir den weggelootet? Na, ist auch nicht so schlimm. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Geil. Wir sind... Wir haben aber auch wieder zwei Fertigkeitspunkte, ne? Leichte Sperrangriffe. Ich würde das jetzt erstmal machen. Und das denn als nächstes. Damit wir mit den schweren Waffen besser kommen. Vorwärts kommen. Und ich komme ja dann auch in diesen Zweig rein. Na, bist du wohl? Meins! Hund, habt ihr das gesehen? Der wollte sich da was nehmen. Und da stehe er sich. Hier ist auch ein Lagerfeuer. Da kann ich speichern. Ist das nicht schön? Ich mache das mal ganz schnell. So, das haben wir auch. War das hier schon alles? Da lagen doch noch so viele... Dinge. Wo sind die hin? Und hier sind lauter Brote. Ach, da. Seht ihr? Das habe ich gemeint. Das gehört natürlich mir. Das ist ja, da haben wir uns geräumt. Ja. Eine Kriegerin. Die räumt jetzt gerade die Truhen aus. Eine Suche nach den Toten. Ja, ich weiß. Das sollen wir machen. Ich will nochmal schauen. Wir haben im Inventar... So, Dinge, die wir gut gebrauchen können. Oh, guckt euch das mal an. Ganz allein. Ja. Soll ich mit dir reden? Kann ich mit dir reden? Vielen Dank. Auch Ausgestoßene verdienen ein Zuhause. Ja, das stimmt allerdings. Hallo, Händlerin! Wir verkau... Wir verkaufen erst mal. Wir gucken mal. Plündererlinse. Das behalte ich jetzt erst mal. Was ist das? Poliertes, altes Amulett. 45. Da haben wir zwei von. Was ist das? Alte Skulptur. Achso. Schlüssel. Das behalten wir mal. Gekerbtes, altes Amulett. 400. Achso, da habe ich nur eins von. Da habe ich nur eins von. Da habe ich nur eins von. Echo-Hülse. Das behalte ich mal alles. Ich weiß nicht. Oh, guck mal, wie viel ich darf. Und kann ich den Draht verkaufen? Wert eins. Davon brauche ich ja nicht so viel. Das Holz kann man leider nicht verkaufen. Das will keiner. Das ist Feuerbrennwurzel. Ich brauche nichts. Das reicht. Ich sammle sowieso wieder ganz viel davon. 50. Lohe. Ne, Lohe wird nicht verkauft. Was ist das? Metallgefäß. Nein, 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 nein. Ich werde mich hüten. Meine Schnellreisen lasse ich auch. So, Modifikation. Ich habe ja hier schon bessere. Ach, Entschuldigung, Händlerin. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte mal schauen, was wir hier so für Waffen haben. Schleuder. Wir nehmen mal den. Ja, da fehlt mir immer noch das Kristallgeflecht. Scheiße. Sprengschleuder. Scharfschussbogen. Kriegsbogen. Ob ich diese Sprengschleuder? Ungewöhnlich. Diese langsam feuern. Das wirft explosive Bomben mit verschiedenen Auslösungen. Die große Stoß- und Flächenschaden verursachen. Kann modifiziert werden. Karcher-Schleuder. Wirft Element Bomben mit großen Umziele. Ja, das ist Eis. Und ich glaube, die kaufe ich mir mal. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Tutorial-Schleuder. Ach so. Da kann ich dann noch ein Tutorial machen. Die müsste ich dann mal tun. Herstellen. Waffen modifizieren. Haben wir denn hier nichts Besseres? Schadenhandhabung. Nein, haben wir nicht. Die Schleuder. 16. 16 Schock. Eis. Leerer Platz. So. Haben wir hier was Besseres? Nein. Da hatte ich schon einen anderen genommen. Und hier? Nee. Schleuder-Munitionsbeutel. Munition herstellen. Hier. Eisbombe. Und Schockbombe. Ah, mir fehlen Zünder. Zünder. Hat sich ja mal gelohnt. Ja, wir müssen wieder weiter lupen. Ordentlich. Ihr könnt mir sicherlich noch andere Sachen kaufen. Ganz bestimmt. Zünder hätte ich mir vielleicht bei ihm kaufen können. Oder bei ihr. Das ist schon wieder 30 Minuten. Das tut mir leid. Ruhstoffe. 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 Zünder. Elf Stück haben wir jetzt im Besitz. Metallgefäß, Lohr, Kühlsaft. Holzpaket brauchen wir nicht. So. Was haben wir denn bei... Outfits. Habe ich die jetzt gekauft? Oder habe ich die jetzt verkauft? Inbesitz 11. Nein, ich habe es richtig gemacht. Outfits. Nora, Überlebende. Manuk, Eissjägerin. Nora, Beschützerin. Manuk, Verderber, Verderber. Nora, Überlebende. Schwer. Um Elementen zu trotzen. Hat sich in den Extremen des Heiligen Landes gut bewährt. Die könnte ich mir leisten. Nohe, Wächterherz, Metallscherben. Ich kaufe mir die jetzt. Ausrüsten. Ja, mach mal. So, und dann können wir da ja noch Modifikationen reinhauen. Ach so, wisst ihr was? Ich habe das wieder ganz vergessen. Meine Gratisprobe. Nein, das letzte Spezialobjekt. Karte, alte Gefäße. Oh, guckt euch das mal an. Ist das nicht fies? Die ist nicht so teuer. So, dann müssen wir mal schauen. Wir können jetzt bestimmt noch was herstellen. Wir brauchen... Ne, äh... Ja, herstellen, herstellen, da. Was können wir denn da reinsetzen? Fernschutz, Eisschutz, Verderbnisschutz. Gar nicht mal so schlecht. Und was setzen wir da rein? Eisschutz, Fernangriffschutz, Tarnung, Gewebe. Eisschutz. Eisschutz. Warum Eisschutz? Das ist wegen Gefrieren, ne? Ich mach mal Tarnung, ich schleich doch mehr rum. Die haben wir jetzt auch an, ne? Ja. Zeig dich mal, Eloy. So, gut. Neue Uniform. Das haben wir uns auch sauber verdient. So, wo war das Lagerfeuer? Hat Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Jetzt hat sie sich wieder beruhigt. Gut, Freunde. Die Folge ist lang genug. Ich mach jetzt hier ne Pause. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten. Ah, was seh ich da? Das brauch ich. Seht ihr? Das brauch ich. Und was seh ich hier? Was macht er denn da? Die Verderbnis. Das gefällt das ganze Land. Und jetzt haben sie das Tal abgeriegelt. Wunderbar. Na gut, denn wie gesagt, vielen Dank, oh Gott, 32 Minuten fürs Zuschauen. Und wenn es gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Es wird ja noch eine Weile dauern, bis das erscheint. Dann sind alle anderen schon durch das Spiel durch. Nur ich noch nicht. Hoffentlich guckt das überhaupt noch einer. Naja, wie gesagt, Dankeschön und Tschüss und bis zur nächsten Folge. ... ... ... Vielen Dank.